Ich muss gestehen, dass wir den Namen Die Partei eigentlich nur gewählt haben, weil wir kein Geld hatten, keine Zeit, eine Partei aufzubauen, eine Marke zu etablieren wie die SPD oder die CDU. Sie wissen, dass die SPD seit 150 Jahren daran arbeitet, erfolglos daran arbeitet, eine positive Marke aufzubauen. Und wir haben uns damals gesagt, wir greifen einfach auf eine Marke zurück, die gerade brach liegt. Wir nennen uns Die Partei. Das kennt man im Osten genauso wie im Westen. Das zeigt einen gewissen Alleinvertretungsanspruch. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt und haben das Wort Partei gefüllt. Und das heißt jetzt Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Tierschutz ist also relativ zufällig da reingeraten. Es hätte auch was mit Taxifahrer oder sonst was sein können. Tierschutz liegt uns nicht am Herzen. Es sei denn, es liegt Ihnen am Herzen, dann machen wir uns diesen Punkt natürlich zu eigen und setzen uns für den Schutz des Feldhamsters, roten Feldhamsters, für den Schutz dieses Hamsters ein. Ich kann noch was nachschieben und zwar, wir sind eine populistische Partei und fordern natürlich immer das, was uns demokratische Mehrheiten bringt. Wir machen eine Klientelpolitik für die größte demokratische Menge. Und wir haben festgestellt, dass uns in Berlin, obwohl wir das Tierschutz im Namen führen, eine Forderung, wie die 700-prozentige Erhöhung der Hundesteuer sehr viele Wähler bringt. Deswegen sind wir für die 700-prozentige Erhöhung der Hundesteuer. Und ich hoffe, dass das im Land Sympathien bringt und findet. Wir sind eigentlich die Partei, die sich quasi für Feldhamster einsetzt wie keine zweite, aber auch für eine 700-prozentige Steigerung der Hundesteuer stark macht.